Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Project Hospital. Zur Folge, ich glaube, 17 mittlerweile. Voll krass. Und was machen wir heute? Heute, wie in der letzten Folge schon angekündigt, wird hier dieser Bereich quasi vergrößert. Wir haben ja nur drei Betten, einen Schockraum, das reicht nicht. Wir haben ja jetzt unseren neuen Rettungswagen, der noch niemanden rangebracht hat. Aber das wahrscheinlich bald werden wird, sein wird. Ja, so kann man es glaube ich sagen. Wir haben unsere neue Apotheke. Und ich würde sagen, wir starten unsere 30 Minuten. In der Hoffnung, dass ich diese auch einhalten werde diesmal, nicht? Und dann starten wir hier vorne mal. Wir haben ein bisschen Geld. Wir brauchen das glaube ich auch. Und jetzt ist die Frage, ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen. Jetzt ist die Frage, wie wir planen. Ich habe das ja schon glaube ich ein bisschen eingezeichnet. Oder doch nicht. Ah, okay. Ich habe nämlich gedacht, wir haben hier noch Röntgenabteilung mit reingebracht. Aber die haben wir nach hier oben hin versetzt. Zusätzlich, das heißt, wir sind hier und hier. Ich würde natürlich, also am liebsten würde ich natürlich hier die Röntgenabteilung machen und dann hier eventuell die Labore erweitern. Dann müssen wir mal gucken, ob das hier unten uns ausreicht für die Notaufnahme. Äh, hallo. Hallo. Ja, jetzt. So, ich muss mal gucken, ob das... Das passt halt eins zu eins hier nach unten. Das heißt, wir können das schon mal... Äh, wir können das schon mal... Ich habe gerade eine Idee, Leute. Das kommt weg. Wir machen was folgendes. Denn wenn die mit den Rettungswegen kommen, dann machen wir doch direkt hier rein einen Schockraum. Dann kommen die rein und direkt, zack, in den Raum rein. Das mache ich jetzt auch. Und den setze ich auch so rum dran. Und 22.000 Euro einfach mal verloren. Ja. Ja, so machen wir das. Und ich habe noch eine Idee. Und zwar will ich das weg haben. Und wo haben wir denn hier diese... Hier haben wir das. Also entweder... Jetzt muss ich mal gucken, diese Hängeschilder. Können wir da auch Zahlen dran... Wappen? Nee, ne? Nee. Kann man nur die dran setzen. Emergency. Ja, das ist schon klar, aber nee. Dann machen wir folgendes. Dann setze ich die Teile in Rot hier vorne rein. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der in Benutzung gerade ist. Aber er sieht nicht so aus. Das heißt, wir können den löschen oder können wir den auch bewegen? Zimmer ist gewählt. Ja, ja. Jetzt müssen wir mit Twitter die Tür wegmachen. Die hat sich jetzt nicht mitbewegt. Das finde ich jetzt ein bisschen dumm. Die machen wir weg. Und dann kommt auch hier dieser Aufkleber, dieses Schild. Wo war es denn jetzt hier? Mit der Nummer 2. Kommt hier dran. Das heißt, wir haben schon mal zwei Schockräume. Wie sieht denn das aus, wenn das oben ist? Hätte ich irgendwie Bock, auch die Wand anders zu machen. Aber wie, ne? Wir können das natürlich so machen. Wie sieht das aus? Ja. Warum nicht, ne? So, das ist halt hier ein bisschen dangerous hier auf der Seite, ne? Ja. Können wir da noch irgendwas anderes Schickes dran basteln? Gibt es hier irgendwie noch so ein Symbol? Ein Symbol, was wir benötigen. Das ist Symbol intensiv. Aber es geht Ihnen nicht drüber. Lassen wir es einfach. Wir lassen das einfach mal, ne? So, dann haben wir hier zwei Schockräume. Dann haben wir die schon mal umgebastelt. In der Hoffnung, dass die überhaupt ausreichen. Wie könnten wir denn rein theoretisch könnten wir natürlich und dann haben wir auch direkt gegenüber die Personalräume. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann könnten wir überlegen, ob wir dann hinten dran nochmal zwei setzen. Dann hätten wir vier. Das wird wahrscheinlich zu eng werden. Ja. Also hier passt natürlich nochmal eins rein, aber da kommt man ja gar nicht mehr hier hinter. Das möchte ich dann natürlich auch nicht. Jetzt müssen wir den Raum erstmal löschen und die Wände kommt weg. So, er ist errichtet und schon wieder umgebaut. Ja, so läuft es bei uns hier. So muss es laufen. das heißt aber auch, das heißt aber auch, dass, wenn wir hier nochmal zwei Schockräume hinsetzen wollen, oder wir sitzen hier ein, denn da haben wir drei Stück, das sollte doch eigentlich reichen, oder? Also angenommen, wir haben drei Rettungswegen. So, alle drei bringen gleichzeitig jemanden rein, da sind alle drei blockiert. Dann haben wir noch einen Notfall bei uns im Krankenhaus intern. Da sind alle voll. Das heißt, kann nicht behandelt werden. Weil die kommen ja dann auch dahin. Glaube ich. Das heißt, wir bräuchten schon noch so einen als Puffer. Also so vier Stück bräuchten wir schon. Ich meine, den Bereich, der ist ja eh, aber da würde ich gerne was anderes irgendwie reinsetzen. Wir machen das jetzt einfach. Wir planen das jetzt erstmal vor und dann gucken wir mal, wie, 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 also wie voll die sind. Traumazentrum heißt übrigens. So, ich glaube, fünfmal, was denn jetzt? Warum kann ich das nicht einzeichnen? Was ist denn da los? Fünf mal fünf. Wollte irgendwie nicht. Genau, dann haben wir hier das schon mal eingezeichnet. Korridor. Da kommt natürlich ein Zweierkorridor hin. Ich würde fast sogar ein Dreierkorridor sagen. Oder ein Vierer. Weil dann können wir nämlich auch so liegen mal irgendwie an die Seite stellen. so wie hier oben. Das ist ja schon ein Fünferkorridor hier oben. Weil wenn hier die Dinger sind und hier drüben kommt dann Bereich für die Aufnahme. Da weiß ich aber auch noch nicht, wie wir das machen. Da bin ich gerade noch so ein bisschen planlos. Bin ich ganz ehrlich, ne? Also hier das so. Es macht, wir können natürlich das hier, da hat es wieder, können wir natürlich hier hinsetzen, also hier gegenüber, hier in der Mitte. Dann haben wir hier das, hier in der Mitte die Personalräume und hier hinten dann die Aufnahme. Das machen wir auch. und dann können wir hier tatsächlich auch noch mal zwei Traumazentren reinsetzen. Oder gegebenenfalls das hier erweitern sogar. Ja, das machen wir auch, glaube ich. Weil dann haben die Schwestern oder Pfleger haben dann nicht so einen weiten Weg dann hier rüber. Dann können wir hier noch Toiletten hinsetzen, weil die haben sie momentan auch nicht. Die müssen momentan ins Bett machen. Man darf es ja nicht so laut sagen. Und ja, so machen wir das. Jetzt müssen wir nur warten. Jetzt müssen wir tatsächlich das erst mal stehen lassen. Weil wir brauchen das ja trotzdem. Ach, ist das wieder aufregend hier. Und dann müssen wir wieder hier. Dann kommt die doch nur ein Zweier hin. das Arztzimmer. Ach so. Wir brauchen ja das Bereitschaftsarzt. Ja, wie groß machen wir das denn? So, dass auf jeden Fall zwei Schreibtische zusammenpassen. So würde ich sagen. Fünf mal fünf. Fünf mal fünf. Und das Schwestern-Ding kommt dann hier vorne hin. Das wird dann ein riesen Block. Genau. Hier können wir den Korridor schon mal anzeichnen. Oh, jetzt ist das weg. Huch! Korridor. Ja, dann würde ich eh abtransportiert. Dann haben wir das jetzt kurz nicht. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Dann kommt da auch noch mal ein Korridor hin. Können wir ja schon mal durchziehen. Genau. Und hier vorne die Schwestern-Breich. Können wir tatsächlich auch noch ein bisschen größer gestalten. Weil so viele Ärzte brauchen wir nicht. Da haben wir hier zwei Schreibtische. Zwei Schreibtische. Passen wir hin. Passen sogar eins, zwei, ja, zwei Schreibtische. Ja, machen wir mal. So, bleiben wir mal so ein. Dann können wir ein bisschen mehr machen. Und Überwachungsraum. So, das müssen wir tatsächlich überlegen. Ich mache einfach mal, ich zeichne den hier mal komplett ein. und dann bestücken wir das jetzt. Wir bestücken das jetzt so wie ich denke, wie wir unseren Überwachungsraum gestalten. So, wir haben diese Betten hier, ne? Die haben wir in Blau. Können natürlich auch Weiß nehmen oder Grün oder Blau. Nehmen wir doch mal Blau. und dann würde ich hinten mal anfangen. So, dann fängt das halt wieder von vorne an, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, da wir das jetzt neu machen, kriegen die auch die neuen Sockel. Habe ich jetzt beschlossen. Alle kriegen jetzt die neuen Sockel, die alten sind, wir haben keine Verträge mehr mit der Firma, die die herstellt. diese Überwachungsteile wieder. Können natürlich, aber das ist ein bisschen too much, finde ich einfach. Genau, Nachtschränkchen. Dann, was brauchen wir noch? Direkt am Bett brauchen wir, glaube ich, nichts. Ne. Dann diese Monitore, die haben wir in Rot. Das machen wir mal weiter. Da würde ich fast sagen, da kriegt jedes Bett einen eigenen PC. wir haben nämlich digital, wir arbeiten hier mit digitalen Akten, aber eigentlich ist es ja Quatsch. Ich setze es jetzt erstmal dahin, damit man es von der, von der, von der Größe besser abschätzen kann. Genau. Und ich arbeite diesmal nicht mit diesen, mit diesen Vorhängen, sondern ich will hier eine Wand einziehen. Da setze ich jetzt erstmal, ich mache das jetzt mal hier so rein. So. Zweier Ding. Und dann kommt hier Fenster rein, aber eigentlich ist das ja Quatsch. Eigentlich brauchen wir, wenn dann diese Lamellen, kann man die eigentlich bei beiden Seiten dann dran setzen? das hier ist ja auch Quatsch. Kommt eine Scheibe rein. Kommt eine Scheibe rein. und in die Ecke. Wo ist es denn? Ich will das hier, quasi das, das hier will ich gerne haben. Da sind nämlich alle, alle Sachen drinne. Oder wir machen hier so ein Waschbecken rein. So ein Waschbecken rein, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann Waschbecken rein und dann kann man, da hat man gleich eine Arbeitsfläche. Die könnten wir natürlich auch, na gut, hier, hier hinsetzen. Ich mach das jetzt einfach mal. Haben wir die Waschbecken hier irgendwo? Ja, hier. So. Und hinten in die Ecke kommt der Mülleimer, den wir nicht nutzen können. Der ist schon direkt dunkel. Das wäre echt blöd. Weil so geht ja auch schon wieder so viel. Oder wir machen ja den immer da hin. Dann machen wir das doch so. Und den setzen wir mal kurz weg. Und da setzen wir das wieder hier vorne dran. Das ist ja auf Rollen. Also in dem Spiel werden die Betten ja nicht verschoben. Was im normalen Leben ja schon wäre, die holen ja immer mit diesen Tragen ab. Von daher können wir das eigentlich machen. Und dann haben wir hier erstmal wenn wir mal noch einen Hängeschrank hier hin. So. Oder was haltet ihr davon? Ich mach das mal groß. Okay. Hier sehen wir es natürlich nicht. Dann haben wir hier so ein kleines 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 Deparee sozusagen. Man kann auch ein bisschen durchgucken. Das heißt, die Fachkräfte können da so durchgucken. Und es ist abgeschirmt. Man hat nicht immer diesen Vorhang. Ist ein bisschen hygienischer wahrscheinlich. So. Und dann setzen wir das mal alles auch hier drüben hin. Ja. Mit einer Entfernung. Da kommt... Warum kann ich hier hin? Einmal jetzt hier nicht nehmen. Was ist da los? Warum geht das nicht? Der ist gelb. Warum ist der gelb? So. Jetzt will ich hier gucken. Ist der... Aber hier ist er ja nicht gelb. Komisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel denkt, ich will den Mülleimer... Ja. Okay. Ich verstehe. Der Mülleimer... Das ist... Ja. 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 Das Nachttischle. Und dann wollen wir wieder... Wo ist es hin? Hier. Das hier reinsetzen. Ach prima. Das geht ja direkt auf. Ja. Das finde ich gut. Da freut sich doch mein Gehirn. Wieder der Hängeschrank hin. Natürlich nur die Wand einziehen hier vorne. Und das Fenster. So. Dann brauchen wir natürlich noch hier den Defi. Dann müssen wir mal gucken, wo wir den dran setzen. Am besten hier vorne dann irgendwo hin. Oder hier hin. Hier an die Wand. So. Und das... Da kommt... Da kommt der da hin. Dann ist das so. Da ist das. Und da ist das. Oder? Wir tun das einfach mal so. Und... Jetzt ist natürlich die Überlegung... Also das brauchen wir ja auch noch. Also entweder... Wir machen hier jetzt zu. Und machen hier noch so Arbeitsbereiche rein. Hier so an die Wand. Dann ist das quasi so ein Zweierzimmer. Mein Getränk ist schon wieder leer. Na toll. Dann ist das hier wie so ein Arbeitsbereich. Noch zusätzlich. Und wir machen hier Toiletten noch rein. Das machen wir auch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Toiletten. Die müssen wir jetzt erst anzeichnen. Toiletten. Das heißt, wir haben hier einen Zweier-Eingang. Wobei hier das Gerümpel steht. Aber dann kommt man hier mit der Trage lang. Das heißt, hier können wir noch was hinstellen. Und ab hier ist dann erst die Toilette. Ich zeige es jetzt mal ein. Das wäre ein 2-2. Wir könnten das natürlich auch so machen. Dann kommt man hier noch durch. Wo habe ich denn? Überwachungszimmer. Dann kommt man hier noch durch. Oder in der Mitte durch. Was wäre denn da am wahrscheinlichsten? Ach, das sind wieder so Grundsatzfragen. Also, nee. Allein von der Sichtweise wäre das natürlich... Warum hast du denn jetzt hier? Wäre es natürlich sinnvoller, das so zu gestalten. Und dann hier in der Mitte einen Durchgang. Und dann spiegeln wir das, was hier ist, auf hier. Dann haben wir vier Betten und ganz schön viel Platz verschwendet. Egal. Wir machen das jetzt. Das heißt, dann kommen hier Wände rein. Wir müssen mal gucken. Ich kann die da bestimmt irgendwo abkopieren. Hier haben wir die vorne. Von vorne drin. Hier haben wir die auch von vorne. Ich glaube, wir haben hier oben irgendwo von der Seite. Kann das sein? Hier. Die kopieren wir uns. Und dann setzen wir die einmal so hin für die Seite und einmal so hin für die Seite. Das macht doch so Sinn, oder? Ja. Das müssen wir so noch einzeichnen, dass das der Notaufnahme dazugehörig ist. Genau. Ja. Passt. Was wir denn noch hier die Wände dementsprechend einzeichnen, dass das auch dazu gehört. Genau. Und hier kommt dann hier diese fahrbaren Dinger rein. von mir aus in die Ecke. So einen Schrank können wir natürlich, also da haben wir ja hier diese Hochschränke. Von mir ist nochmal hier und hier. Das und das hin. Dann haben wir eigentlich alles drin. Da können wir sogar hier noch so eine Tafel reinsetzen. Die können wir eigentlich direkt hier im Eingang platzieren. Das ist dann für den ganzen Raum. Der Defi ist jetzt hier. Den machen wir auch hier vorne direkt hin. Dann kann man den abnehmen. Haben wir noch irgendwas, was wir da hinsetzen können? Ich schuhe natürlich hier noch ein Ja, da gucken wir mal. Wenn wir dann den den Bereich dann draußen haben, vielleicht können wir das dann auch dahin platzieren. Hier ist so eine Sauerstoffflasche. Brauchen wir jetzt zwar irgendwie nie, aber das macht doch was her. Genau. Sonst kopieren wir das. Dann ist das halt, also das ist jetzt eh wieder spiegelverkehrt. Gut. So, dann brauche ich hier. Ah, das weiß ich. Mal kurz gucken. Also ich habe da oben 1, 2, 3 frei. Das sind jetzt 1, 2, 3, das muss hier hin. Hoffe ich. Wir werden es dann sehen. So, das Fenster kommt erstmal weg. Dann muss das Fenster hier vorne hin. Genau. Dann kommen hier natürlich auch noch solche Tischchen hin. Am besten hier zwei nebeneinander. Und dann tun wir das gleiche nochmal hier hin. Dann müssen die sich nicht da irgendwie mit ein... Das kostet jetzt auch nicht so viel. Von daher. So, dann kommt hier vorne wieder die Tafel hin. Direkt am Anfang und der Defi. Für jede Seite. Achso, das muss ich natürlich wieder hier diesen Schrank hier reinsetzen. Den schieben wir diesmal hier hin. und das... der Gerät schieben wir einfach mal hier davor. So, dann müssen wir das noch zuziehen. und da kommen noch Türen rein. Ich weiß noch nicht welche, aber wir schauen mal. Das sehe ich übernüscht wegen diesen Schränken da. Welche Türen setzen wir dann rein? Also da haben wir die, diese Flügeltüren. Natürlich würde ich da wieder Schiebetüren reinmachen. Ich bin... Ich liebe Schiebetüren. Oder halt wieder... Oder halt Glastüren. Oder halt diese Dinger. Die ich da nicht hinsetzen kann. Wegen. Ja. Macht aber auch nichts. Oder hier mit den ovalen Fenstern. Ich würde die nehmen. Einmal da hin und einmal dann dahin und den Boden der Boden der Boden der Boden da haben wir das rote Linoleum genommen. Das können wir hier eigentlich auch wieder nehmen. Aber wir machen es vielleicht ein bisschen anders. Wir machen das so und so. Und jetzt gucken wir mal wie es ausschaut wenn wir das hier so hell machen. Sieht ein bisschen komisch aus. Was ist, wenn wir das hier reinmachen? Hell. Ja. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Weil ich wollte das jetzt irgendwie so oder ich habe ne, wir machen das ganz anders. wir machen das hier rein so rum und so. Und die Linie kommt dann hier hin. Das ist auch blöd. Das ist auch blöd. Das gefällt mir nicht. Und dann machen wir das so. Dann hebt sich das ein bisschen ab hier. Genau. Und in der Mitte ist halt so dann ja, Arbeitsbereich. Genau. so und in dem Flur das können wir eigentlich noch das können wir jetzt abreißen glaube ich. Oder nee wir geben denen erstmal die Chance die von hier dahin zu karren. Deswegen müssen wir mal Play drücken. Ach, da sitzt da liegt gar keiner drin oder was? Doch, die da. Wo ist die denn gerade? Ach, die ist im CT. Sonst halt warten bis die fertig ist. Der Raum ist ja schon gelöscht, glaube ich. So, dann wird die erstmal dahin gebracht, wo sie vorher war. Jetzt wird sie geholt. Genau. Ja, ja. Haben wir keine Funktion. So, jetzt liegt die da. Jetzt merkt ihr das. Ja, ich will das hier nicht so haben. Und jetzt bringen die hoffentlich gleich in den anderen Raum. Oh ne, die wird in das Krankenhaus verlegt. Okay, das haben die geändert. Weil eigentlich sollte die die dann da hoch schieben. Aber egal. Gut. Das können wir ausmachen. Dann können wir das, was hier drin ist, löschen. das Geld wieder. Hihi. So und so und so. So. Die können wir, die stelle ich mal da hin. Dann hallo. Wird das auch gelöscht? gelbe genommen. Dann kann man da auch nochmal zwei hinsetzen. Dann wird der Gang aber schon wieder eng. und wenn ich dann jetzt noch eine Liege hin platziere. So. Was ist mit der hier eigentlich? Die wird auch gerade nicht benutzt. Könnten wir da natürlich zwei hinsetzen. Mach mal die weg hier. Dann sind da in der Ecke zwei drin. Da sind drei Rollstühle und dann stellen wir hier drin auch nochmal rein rein. Und dann sollte das eigentlich reichen. ich will hier aber nicht rot haben. Also das ist mir ein bisschen zu viel rot. Da kommt hier grau hin. Hellgrau. Genau wie hier. Und dann genau wie hier. Ach so. Die haben ja auch noch einen Flur jetzt. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Dann können wir nämlich hier genug liegen unterbringen. und diese Teile. Man nennt sie auch Rollstühle. Die können wir dann hier unterbringen. Hier kommt ja eh eine Wand rein und dann ist das so die Liegen und Rollstuhl. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Und hier können wir grüne Fliesen. Wie sieht denn das aus? Und dann können wir hier das Einrahmen Ja, finde ich jetzt nicht so schlecht. Da hinten machen wir auch Linoleum. Da haben wir auch wieder grau rein. Ja, so. Fenster kommen hier natürlich von oben also vom Boden bis zum Dach bis zur Decke nicht bis zum Dach bis zum Dach und hier 30 Minuten sind schon wiederum Leute hier wird doch ja nicht und hier bauen wir jetzt auch noch ein bisschen Fenster rein. Sonst sieht das alles ein bisschen zu trist aus. Drei Stück und dann ist doch super. Dann haben wir hier schon mal jetzt immerhin ein Bett mehr und ganz schön viel durch die Toiletten haben wir ganz schön viel Platz verschwendet. Rein theoretisch haben wir jetzt eigentlich noch genug Geld um das nochmal zu verdoppeln. und zwar einfach direkt hier dran zu setzen. Das wäre mache ich jetzt einfach haben wir immer noch Geld übrig und Korridor setzen wir natürlich hier fort genau ach so dann müssen wir natürlich Überwachungsraum das wird ein eigener dann haben wir zwei Überwachungsräume mit jeweils vier Betten jetzt zeichnen wir das auch noch fertig ein damit das damit das auch passend ausschaut die Wand passt auch erstmal und dann können wir die Radiologie hier also für die Radiologie das hier mit benutzen würde ich jetzt mal sagen und dann können die nämlich auch von der Seite hier in die Radiologie rein irgendwie so dann müssen die nicht hier vorne rüber aber das können wir noch machen wir machen jetzt noch schnell das Schwesternzimmer das geht jetzt auf meine Haut meine Kappe wollte ich eigentlich sagen Haube wie auch immer was haben wir da gemacht okay die Kamera ist manchmal ein bisschen sehr schnell gut so was wollte ich jetzt machen ich wollte eigentlich wieder so ein Tresen haben hier den hier wollte ich wieder haben das in Rot so 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 und dann das über Eck das haben wir glaube ich hier hinten einmal und zweimal und dann können wir hier die PCs drauf machen auch hier können wir natürlich wieder die modernen machen ja wir nehmen die modernen wir hätten jetzt hier drei vier fünf Arbeitsplätze ich würde sagen den wir machen mal die mittleren drei zu Arbeitsplätzen mit Stuhl dran dann brauchen wir dann brauchen wir einen solchen Tisch denn ich möchte da so einen großen Drucker drauf stellen oder wir nehmen diesen 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 Labortisch ja fände ich jetzt auch nicht schlecht den könnten wir auch rein theoretisch hier hinsetzen dann ist der mittig der ist natürlich nicht mittig gucke ich denn da drauf dass das dann mittig ist wir machen das so und könnte ich hier Schränke rein platzieren wie sieht denn das aus sieht eigentlich kacke aus ich würde auf jeden Fall hier den Drucker drauf machen dann machen wir das weg und ne wir machen den weg nehmen den Tisch dann brauchen wir noch eine andere Farbe grün na ich lasse den grau den mache ich der ist nämlich direkt in der Mitte dann kommt der hier rein dann der Drucker und dann können links und rechts obwohl die brauchen wir eigentlich nicht ne für Tabletten oder sowas Tabletten Schränke in weiß aber die Tabletten das will ich ja da hinten machen wieder mit so einem Tisch damit man die stellen kann das heißt wir machen hier solche Schränke hin ein bisschen Abwechslung andersrum so und das gleiche gilt hier drüben auch so dann machen wir da noch eine Wand hinten rein und dann sieht das nämlich so aus mit dem Tisch gefällt mir jetzt nicht so gut aber egal so dann die Schränke hier wieder da können wir die auf jeden Fall in die Mitte setzen und hier wieder so ein Tisch also wie gesagt das ist ja nur rein theoretisch und dann könnten wir hier ist aber natürlich keine Küche aber das gleiche Problem wie hier oben auf der Intensiv jetzt machen wir gerade das gleiche wie auf der Intensiv oben das heißt oder wir machen das Arztpersonal der Bereitschaftsraum den können wir auch hier hin machen oder hier vorne hin ich vergrößere mal das vergrößern und dann können wir die Küche hin rein machen quasi dann wird das vergrößert ja und wir setzen hier wieder meine Lieblingsschränke also der Möbelhersteller hat sich mit Sicherheit gefreut dass wir da der größte Kunde sind von dem hier und dann das Eckding da bauen wir jetzt wieder da mit hier können wir das nicht benutzen dann können wir das können wir benutzen dann machen wir das so da kommt das Waschbecken rein da ist es und das gleiche als Hängeschrank natürlich wie soll das auch anders sein ach kann ich nicht machen fehlt die Wand die Wand fehlt da hier Mensch gut wo haben wir es? hier haben wir es so so da kann ich da eigentlich noch einen Schrank hinsetzen da können wir einen Kühlschrank hinsetzen ne einmal hier dieses Wärmeding das können wir noch hier hinsetzen und einen Kühlschrank tatsächlich für für irgendwelche gekühlten Produkte oder irgendwelche oh hier ist aber dreckig hier haben wir einen Kühlschrank für Impfmaterial die müssen doch auch gekühlt werden ich will das hier auf die andere Seite haben hier kann der auch nicht genutzt werden das ist ja blöd dann setzen wir ihn trotzdem dahin so dann kommt hier ein Tisch hin dann machen wir das den geht nicht das ist ja dumm ich will da aber zwei Tische hin haben müssen wir wieder ins Labor gehen über den Laboreinkauf müssen wir da gehen genau jetzt ist natürlich die Frage was machen wir hier hin da gibt es auch noch so kleine Aktenschränke so halbe wo sind die denn eigentlich hin hier habe ich nur den großen ach hier den können wir natürlich auch noch hinsetzen so und so und hier kommt noch so ein Hängeregal hin ich weiß nicht macht das Sinn dann können wir hier gibt es doch hier gibt es doch irgendwo gibt es doch hier wieder was was ist das Obduktionsausricht die brauchen wir noch nicht so wo sind denn hier die Medikamente hier waren irgendwo so Fruchtsaft ne das will ich nicht haben gibt es bei Deko Sachen hier Pharmazie dann machen wir die hier drauf Desinfektionsmittel machen wir mal so in die Küche kann die nicht benutzt werden also von daher egal ach ja und dann brauchen wir natürlich noch hier unsere unsere Essensteile die hier die 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 wir machen es ganz anders das kommt weg dann kommt das hier in die Mitte und dieses Essenteil kommt einfach da hin reicht ja 1 1 reicht damit tatsächlich noch ein bisschen Platz hier in der Mitte dann können wir mal gucken wenn es noch irgendwas einfällt was wir da noch mit reinbringen können das brauche ich alles nicht gut dann haben wir jetzt erstmal alles dazu und jetzt müssen wir noch gucken ich meine wir haben ja den Arztbereich erstmal da würde ich auch erstmal so lassen dann halt dich müssen wir umsetzen mittlerweile einen neuen Arbeitsplatz zuweisen müssen wir da drauf klicken und dann klicken wir dich da drauf und dich Konstanze schicken wir auch einen anderen Arbeitsplatz und zwar auch dahin gut dann geht ihr da rüber den können wir löschen hier und dann löschen wir auch gleich den Inhalt und dann haben wir das ist das gar nicht das will ich aber schon so bemalt mega mega galaktisch ich kenne da so ein Schild einfach nur so ein 3er Schild so ist das mittig ja jetzt sehe ich mittig und rot das gefällt mir Emergency achso ne das ist nicht das für das wo sind denn die Aufkleber dafür Cafeteria Doktor Emergency ja hier ist es dann kommt das in die Mitte haben wir da noch irgendwas was ist das Intensive Care Unit ne Doktor's Office Check Room ja reicht ja es reicht ja auch ja weil das ist so ein großes Schild oder gibt es hier noch irgendwelche Pfeile finde ich ein bisschen schade dass es da keine Pfeile gibt egal oder irgendwas anderes so Freunde der Sonne ich würde sagen da liegt doch schon die erste Person die Cornelia die hat Hüft Osteoarthritis wunderschön die ist orthopädisch dem wird sie eh gleich abgeholt genau wird hochgeschickt und so ist das Prozedere ja also die sind die liegen da unten und werden dann von der Station abgeholt und ja wir haben ich finde einiges erreicht also wenn man vorher nachher mal schaut dann gefällt mir das doch jetzt ganz gut und wir haben natürlich noch Platz für weitere Schockräume der RTW war immer noch nicht da aber er wird schon irgendwann kommen ja dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen wir haben wieder überzogen aber so ist es halt normal bei dem Spiel da kann man nicht einfach Cup machen ähm umso besser für euch und von daher würde ich sagen danke fürs Zuschauen wieder und es würde mich auch wieder freuen wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Project Hospital macht's gut und ciao